Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Ich, ähm, versuche mein Glück, denn wenn ich jetzt rausgehe aus dem Spiel, weil ich eigentlich nur drei Folgen machen wollte für die Aufnahmesession, wenn ich jetzt aber rausgehe aus dem Spiel, bekomme ich, glaube ich, die Chance nicht wieder, weil dann sind, glaube ich, die Banditen wieder da. Und ich würde das gerne nutzen wollen. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist es so. Aber ich würde es gerne nutzen wollen. Guck mal da. Ich treffe den nicht. Shit. Wie geht das denn? Ach, come on. Was ist das denn für ein Scharfschützengewehr? Guck mal, das ist nur der eine Typ da oben. Nur den muss ich wegmachen. Shit. Nur den. Yo, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn, Leute. Oh nein, jetzt hab ich Durst. Was ist denn mit dir? Du musst ja jetzt keinen Durst haben. Drink a little. Nicht so, ich hab nicht so viel Zeit da jetzt für. Come on, mach schnell. Und jetzt am besten Nebel. Jetzt am besten noch Nebel. Muss da runter. Wo bin ich denn da jetzt runter so schnell? Oh, Leute. Wo ist der Hund? Ich bleibe aus. Wo ist er? Hier. Shit. Oh, nee. Oh, Gott. Wo? Ah, jetzt. Come on. Klo. Kickfuck. Oben, oder? Ich lauf hoch. Ey, da ist noch einer. Ich flippe. Dann raste ich richtig aus. Na gut, dann lade ich neu. Du bist tot. Du bist so tot. Möhrchen. Mmh. Duck Tape. Duck Tape. Uh. La 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 la. Duck Tape. Ich brauche hier diesen. Wo ist dieses Buch? Brauche das Buch. Brauche einen Code. Brauche einen. Da. Boah, Leute. Ich werde wahnsinnig. 9 9 5 0. Merken. 9 9. Alles andere ist egal. Brauche nur den Hund. 9 9 5 0. Loot ist mir egal. Wenn die Typen jetzt wieder kommen. Wo war das jetzt? Einmal im Kreis drehen. Wie war das? Wie? Mit Bild hoch, Bild runter? 9 9. 5 0. Ich muss oben machen. Oh, ich bin so ein Hunk. Was ist der mit mir schon wieder? Oh mein Gott. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Wir haben ihn. Und? Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? While on attack command to switch target. Was? Alt left. Come here. Unfollow. Stay. Exit. Come here. Folgt er mir jetzt? Leute, wir hauen jetzt ab. Wo ist er? Was war das denn jetzt gerade? Hallo? Ich meine, wir könnten jetzt auch noch ein paar Sachen looten, ne? Ich gehe nochmal kurz hoch. Aber was ist, wenn die wiederkommen? Ich meine, dann hätte ich... Den Scharfschützen habe ich ja erledigt. Und? Hund, wo bist du? Da. Okay. Äh, warte, warte, warte. Oh, wie cool. Und wir müssen unbedingt den Hund umbenennen. Ich muss den Hund umbenennen, denn dieser Hund heißt eigentlich nicht Leo, sondern Schnuckiputz. Das ist schon klar, ne? Haben wir hier noch irgendwas Nices, was ich mitnehmen muss? Oh, ja! Geile Munizie. Was ist das? Nichts. Ich habe bestimmt die Hälfte übersehen, oder? Boah, happy bin ich. Du kannst mich mal? Arschgeige. Aber ich habe ihn gekillt und das von der Entfernung, Leute, das ist super cool. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das mit den Seekern auch hinbekommen. Das wäre mir wirklich wichtig. Oh. Ja, den nehmen wir mit. Leider habe ich das Auto nicht hier. Und ich glaube, wir können auch nicht hier runterlaufen. Machen wir auch nicht, weil... Wir hauen jetzt ab. Come on. Diggerchen. Ich weiß zwar nicht, wo unser Auto ist. Shit. Komme ich denn hier zum Auto? Ähm. Hier ist ja auch noch ein Turm. Ist hier etwa auch noch jemand? Ich guck mal kurz. Der hätte mich doch schon abgeballert, wenn hier einer wäre, oder? Ich hätte gerne die Pflanzen. Die hätte ich gerne für unsere Bude. Ich will keine Zigaretten. Wir haben auch gar keine Unfälle mehr. Wir können die Zigaretten gar nicht mehr tauschen, irgendwie. So, hier ist nix weiter. Wir müssen zum Auto. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt zum Auto. Schatz, nein. Äh. Komm bitte. Komm bitte. Wir müssen zum Auto. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir schaffen das. Bestimmt. So, die Kiste nehme ich mit. Ähm. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Wir müssen da runter. Da müssen wir hin. Okay, let's go. Ich weiß noch nicht wie. So eine Kacke. Ich breche mir doch hier die Haxen. Alles gut. Erstmal muss ich hier nur runter. Und dann überlegen wir uns, wie wir hier weiterkommen. Das Problem ist nämlich eher... Dieser Fluss. Aber wenn wir auf der Seite bleiben, müssen wir nicht schwimmen. Komm, Leo. Schnurriputz. Let's go. Let's go. Muss ich erst mal anschauen, mein Kleiner. Ähm. Ähm. Wir können ja in der Werkbank einen... ... so ein Hundehalsband bauen. Das möchte ich auf jeden Fall tun. Und dann können wir den umbenennen. Das machen wir. Okay, ich habe jetzt wahrscheinlich Unmengen an Loot da oben gelassen. Aber gerade auch bei der... ... bei dem Radio Tower. Obwohl den Radio Tower... ... können wir... ... da können wir ja einfach hin. Ohne dass wir jetzt... ... ein Problem haben, ne? Aber zumindest haben wir jetzt eine Kiste. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich alles vergessen habe. Ob es sich lohnt, nochmal dahin zu gehen. Das könnt ihr mir auch gerne nochmal schreiben. Ansonsten klemme ich mir den Weg. Äh, warte mal. Oh Gott. Bitte nicht verletzen. Ich muss da zu meinem süßen roten Auto. Wo kann ich den... ... wo kann ich Leo... ... kann ich den da auch irgendwie reinsetzen? Sitzt der denn neben mir auf dem Platz, wenn ich... ... wenn ich einsteige? Oh! Oh fuck. Oh fuck. Kriegt Leo den... ... den Bären weg? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Okay, wir machen jetzt mal kurz etwas. Ich speichere. Der legt sich schlafen, der Bär. Ich probiere mal was, ja? Ich möchte, dass Leo... Leo? Guck mal her. Guck mal her. Ich möchte, dass du angreifst. Und zwar den da. Wir haben gespeichert. Hm. Das war sehr ernüchternd. Ich hätte gerne den Bären mitgenommen, ehrlich gesagt. Ach, Mist. Okay, der haut ab. Leider haut er ab. Ich hätte den gern mitgenommen. Mal geguckt, wie viel Fleisch da rauskommt. Aber gut. Ja, wie süß. Oh. Leo, guck mich an. Guck mich sofort an. Bitte. Ja, das ist wohl das schönste... ... Thumbnail aller Zeiten. Oder was? Das ist so süß. Du bist der Allerbeste. Der Allerbeste bist du. Deine Zunge hängt durch deinen Kinn durch. Okay. Wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt eiskalt ab. Ich bring dich jetzt nach Hause zu den anderen... ...rein. Und dann gucken wir mal. So, hier muss ich, glaube ich, lang jetzt. Wir haben alle NPCs, meine lieben Freunde. Jetzt gibt es eigentlich im Prinzip... ...für uns nur noch... Also, ich weiß nicht, ob ich den Boss machen kann. Ich weiß es nicht, ob ich den überhaupt hinkriege. Da stelle ich mich ja immer besonders glatt an. Mit dem Scharfschützengewehr vielleicht schon. Aber ich weiß es halt nicht. Und ob der jetzt auch so wichtig ist. Ja, ich bin einfach mal ausgestiegen. Mitten in der Fahrt. Das ist schön. Das habe ich sehr gut gemacht. Ja, sehr gut. Dann habe ich es einfach... ...ausgemacht und... ...naja. Egal. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen. Wir müssen die Base fertigstellen. Wir müssen in die Westernstadt und versuchen, dort die Seeker zu killen. Denn ich würde dort gerne noch ein paar Untersuchungen anstellen. Weil auf der linken Seite waren wir noch nicht. Und ich weiß, da gibt es noch ein bisschen was zu erledigen. Und dann sind wir eigentlich schon durch, oder? Mit Miss Survival. Müssen wir auf jeden Fall nochmal... ...in die... ...in die Mine. Leo, komm her! Feed Leo. Ich kann dich gar nicht füttern. Ähm... ...interact kann ich auch... ...talk. While on attack, command to switch target. Ähm... Warte. ...komm her. Ich weiß nicht genau. ...komm her. ...komm her. ...komm her. Okay, warte. Interact. Jetzt habe ich getorkt, glaube ich. Aber ich kriege nichts mit. Na, komm. Come on. Ein ganz ein feiner Bissung. So. Und du stehst jetzt bitte hier. Nein, Leo. Ja, du darfst auch rein. Ihr dürft alle rein. Aber bitte versperrt mir doch nicht den Weg. Oh mein Gott. So. Du bist zu Hause, Schatz. Wir müssen jetzt für dich ein Halsband bauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte gerne ein Halsband haben. Und zwar kriege ich das wo? Kann ich das hier bauen? Ich glaube, das gibt es gar nicht hier. Ich glaube, das muss ich... Übrigens, das hier wollte ich auch noch haben. Das muss ich... Ich... Äh... In der... In Amboss. Schmiede. Hier. Jo, wo war denn das jetzt? B? B? Da, Hund. Nee, Hundehütte haben wir. Ich habe sogar schon eine Hundehütte. Moment. Komm mal, hier. Kann nur nichts reinmachen. Hier, eine Möhre. Ah, ich habe bestimmt noch Fisch für dich. Warte, warte. Geh doch mal bitte aus dem Bild. Habe ich hier... Fischfilet Rohr. So, das packe ich da jetzt rein. Für dich. Guck mal, hier. Hallo. Darf er das nicht? Ach, come on. Darf er dann das hier? Guck mal, Leo. Hier, let's go. Wo kann ich denn jetzt dieses kack Ding bauen? Wo war denn das Hundehalsband? Oh mein Gott, ich finde es... Ach, hier. Das machen wir sofort. Ich brauche einen Hammer. Und dann können wir das bauen. So. Hihi. Vier? Wieso vier? Ich brauche nur eins. Na gut. Dann halt vier. So. Wo ist Leo? Leo. Ich möchte gerne mit dir interagieren. Wie kann ich das machen? Split one. Pack den mal da hin. Wie kann ich das jetzt machen? Und? Ich kann... Ich kann nix machen. Ich weiß nicht, wie ich den umbenennen soll. Leo bei Fuß. Komm jetzt rein hier. Hier. Schnucki. Es regnet. Komm mal bitte rein. Du stinkst ja wieder wie so ein Iltis. Von hinten. Komm bitte rein. Jetzt. Geht mir irgendwas kaputt, ja? Munition. Ich muss... Oder irgendwas anderes. Pack jetzt mal hier den ganzen Kram irgendwo hin. Ich packe erst mal alles weg. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Was ich hier so habe. Wie kann ich das jetzt verwenden? Mach jetzt die Tür zu. Leo. Bitte. Kannst du mir sagen... Wie ich das machen kann? He is the pet. Ah. Was... Ah. Wait. Was kann ich ihm denn anziehen? Bitte. Food, water. Stamina. Shit. Oder muss ich vier Stück davon haben? Wie funktioniert das? Key items. Key items. Key items. Ja, das ist ja jetzt toll. Wie kann ich denn jetzt dieses Ding verwenden? Wie kann ich dir das geben, mein kleiner Hund? So, ich mach nochmal mit Steuerung alt. Stay unfollow. Komm hier. Ja. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wie man das machen kann, ich würde den so gerne umbenennen. Das wäre so cool. Ich kann leider nicht raus, weil es gerade regnet. Was aber wieder gut ist. Ja, kannst rausgehen, du kleiner Stinker. Geh raus. Ich will nochmal kurz nach den Tomaten gucken. Den Mais. Aber der macht irgendwie... Da passiert halt gar nichts, ne? Ich weiß nicht, ob der irgendwie kaputt ist. Was ist mit den Fischis? Den geht's auch gut. Tja, wie machen wir das? Used for changing pet names. Oder kann ich das... Moment, kann ich das hier machen? Wo kann ich das machen? Fütter dich jetzt erst mal. Kleiner. Moment. Big animal meat. Oh, da so geht das. Moment. Aha. So, jetzt. Talk. Kann ich nichts machen. Interact. Left alt. Come here. Stay, unfollow, exit. Attack. Ja, das ist natürlich nicht so cool, weil ich nicht weiß, wie. Talk. Tja. Gut. Dann lasst wir es erst mal dabei. Mal gucken. Vielleicht wisst ihr, wie das funktioniert. Könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt derweil erst mal... Ja, ich lasse das erst mal hier. Was soll's. Wir haben gut Munition gespart. Ich bin echt begeistert, dass wir das geschafft haben, ne? Wie geil ist das denn bitte? Ähm. Wer macht gerade einen Moonwalk, oder was? Kann ich dich denn umbenennen? Die sind alle so ein bisschen verbackt. Nicht nur Leo. Alle sind ein bisschen verbackt. Habe ich hier noch was so rohes? Ja. Okay. Ach. Was machst du denn? So. Ja, nice. Also, wir müssen die Dinger noch fertig machen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Seile. Die könnte ich doch jetzt eigentlich bauen, ne? Während wir hier lustig rumstehen. Habe noch 32 Blätter. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Bark hier am Start. Dann können wir da noch ein paar reinzimmern. Mal gucken. Ich muss aber erst was essen. Um Gottes Willen. Moment. Moment, Moment. Ich nehme erst mal dieses Gammelfleisch hier. Dann trinken wir gleich ganz viel Wasser. Und dann werde ich ein bisschen Seil bauen. Fünf. Ganze fünf. Wieso habe ich hier... Oh, der hat mich angeschossen, ne? Der eine. Oha. Ja. Der hatte mich angeschossen. Das muss doch irgendwie gehen. Wozu habe ich denn diese Kack-Dinger jetzt? Mann. Head. Inventory. Oder wenn das im Inventory ist... Warum kann ich das nicht um den Hals machen? Kann ich dich dann umbinden? Ich raff's nicht. Ich packe es erst mal da rein. So. Ich wollte noch ein paar Seile... ...nehmen. Dafür brauche ich, glaube ich, einen Hammer, ne? Wenn ich jetzt Seile hier reinpacke. Irgendwo waren noch welche übrig. Hier zum Beispiel. Ne, eine Axt. Mist. Es war eine Axt. Die Möhre packe ich mal in den Kühlschrank. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Wie viele Seile muss ich bitte bauen? Nein, geh bitte raus. Der kommt jetzt immer mit, ne? Wurde nur Licht machen. Ähm. Ach, guck. Hier haben wir noch eine M4. M, M... Was auch immer. So, hier. Wo war jetzt der ganze Kram? Ich hatte doch irgendwo noch ein paar Seile. Ja, hier scheinbar nicht. Noch vier. Vier Stück hab ich. So, noch ein Hammer. Das Zeug, das Zeug. Das braucht keiner. Und noch die Blätter. Und ein bisschen Muni. Und das. Sehr gut. Komm, Leo. Kommst du? Nun ja. Vielleicht geht das ja auch noch gar nicht mit dem Namen. Das wär echt schade. Aber das kann natürlich sein. Dass das einfach noch nicht funktioniert. So, ähm. Ich hab noch vier Seile, nehm ich mal eben. Kommst du da mal runter? Ja. Gut. Ich raum auf der Hund. So. Ich guck noch mal auf die Hundehütte. Vielleicht ist hier doch noch irgendwie irgendwas, was ich übersehen hab oder so. Warte mal. Vielleicht haben wir ja... Mh. Im Tutorial. Wie leicht. Ist da noch irgendwas? Fishing Setup. Fishing Buck. How to fish. Nest. Zicker Nest. Blabla. How to get brass. Or types. Okay. Hopper and sink. Dann bekommen wir brass. Was ist brass? Aha. Ich kann eine Waffe modifizieren. Ich kann eine Waffe modifizieren. Ah. Äh. Das... Warte mal. Hier wollte ich hin. Target-Pointer, Sights, Magnifier, Suppressors, Grip. Stock. Kann ich auch meine, also diese Waffe hier modifizieren? Nein. Aber diese kann ich modifizieren. Und diese? Ich will ja eher diese hier modifizieren. Aber die andere hat mehr, ne? Was haben wir denn alles so? Was ist denn das alles hier? Kann ich damit irgendwelche Sachen veranstalten? Ich bin voll. Kann ich das auch wieder auseinandernehmen? Habe ich da vielleicht sogar Licht dran? Ich will mal eine Sache checken. Und zwar... Ähm... Wo ist meine andere Waffe? Ich hatte doch die schon... Oder habe ich die nie verwendet? Ich will nur... Ich will nur wissen, ob ich da irgendwie... Ähm... ... ... ... ... Munition geladen habe. Das wäre irgendwie doof. Okay, die hat auf jeden Fall noch Munition. Okay, dieses Ding hier... ... ... ... ... ... ... Ich safe jetzt. Wir modifizieren mal kurz die Waffe. Oh! Auch schön, oder? Und wo findet man die ganzen anderen Teile? Habe ich hier irgendwo noch was? Suppressor? SG-Suppressor? Mal gucken, ob der funktioniert. Mehr Stuff habe ich nicht. Hier ist Suppressor. Hier ist Suppressor. Aber er ist nicht der Richtige, oder was? Okay. Aber hey, dann nehme ich doch jetzt erst mal diese Waffe hier. Statt diese. Natürlich auch die doppelläufige Shotgun. Und mein... Ne, statt... Genau, statt diese hier. Und meinen Bogen. Ne, das ist natürlich die allerwichtigste. Shotgun aber auch. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute, für diese Aufnahmesession, noch eine Folge on top gemacht. Weil ich das unbedingt machen musste. Und ich wusste, wir werden jetzt Leo bekommen. Ähm. A.K.A. Schnuckiputz. Aber ich weiß noch nicht, wie man diese komischen Namenschilder verwendet. Ne, mein Kleiner? Ich weiß halt einfach noch nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Ähm. Und beim nächsten Mal werden wir dann... ...einen Ausflug in die Mine machen. Wir machen... Wir bauen erst mal hier fertig, so ein bisschen. Und dann werden wir einen Ausflug in die Mine machen. Und ich werde das versuchen mit... ...mit den Toren. Ja, mit diesen... ...war das hier auf B. Mit, äh, diesen Dingern hier. Wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben. Dankeschön nochmal dafür. Und die Small Fence for the Kettle. Ähm. Die nehmen wir. Die bauen wir uns. Das heißt, ich brauche Components und ich brauche Sticks. Und dann stellen wir die da hin. Wenn wir die ersten weggemacht haben, die ersten Zombies, bauen wir da direkt schon mal ein paar von diesen Dingern hin. Und dann, ähm, sind wir hoffentlich erst mal so ein bisschen geschützt, wenn wir reingehen. Das nächste Mal, wenn wir reingehen, können wir von der Entfernung halt mit unserem Scharfschützengewehr die einfach niedermähen. Und dann ist gut. Das ist eigentlich ganz gut. Finde ich. Ja. Da machen wir uns ein paar von fertig. Nach irgendwie drei Stück oder so. Und bauen wir die dann fertig. Also das Zeug und das brauchen wir. Ja. Weil das kriegen die wohl nicht kaputt. Und das schon. Wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen machen wir das damit. Und dann Molotow haben wir ja noch im Gepäck. Dass wir dann hinten die, äh, das Nest einmal zerstören. Und gucken, was dahinter ist. Das könnte noch lustig werden. Bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.